In diesem Video zeige ich dir die 5 besten Smartphones im Preisbereich bis 400 Euro. Am Ende sage ich dir auch, welches Smartphone ich nehmen würde. Schau dir das Video also bis zum Schluss an. Let's go! Bevor wir loslegen, eine kurze Anmerkung. Ich präsentiere dir jetzt die Handys in keiner bestimmten Reihenfolge. Und los geht's mit dem Poco X5 Pro. Das Poco X5 Pro ist gerade auf den Markt gekommen. Die UVP lag bei 349 Euro. Jetzt kriegst du es aber schon reduziert für 316 Euro. Und das Poco X5 Pro ist schon ein richtig starkes Gesamtpaket. Denn du bekommst hier ein riesiges 6,67 Zoll AMOLED Display mit 120 Hz. Dadurch sind Bewegungen und Animationen einfach viel flüssiger und angenehmer fürs Auge. Du hast ein modernes, schickes Design mit wenig Displayrändern. Und mit 181 Gramm ist das Handy auch ziemlich leicht. Stark ist auch der Prozessor. Ein Snapdragon 778G kommt hier zum Einsatz. Der hat ordentlich Power. Mit dem kannst du also auch anspruchsvolle Spiele auf hohen Grafikeinstellungen flüssig spielen. Auch das Triple-Kamera-Setup kann überzeugen. Du hast hier nämlich einen 108 Megapixel Hauptsensor. Und der macht detailreiche und sehr schöne Aufnahmen. Stereo-Lautsprecher sind auch verbaut. Und du bekommst hier sogar einen 5000 Zellen Ampere starken Akku. Mit dem kommst du zwei Tage durch. Und der kann sogar mit 67 Watt schnell geladen werden. Das Netzteil ist sogar auch noch im Lieferumfang dabei. Bei Amazon bekommst du hier sogar zwei Jahre Extra-Garantie. Das perfekte Smartphone also? Also, naja, nicht ganz. Denn als Software läuft hier nur das alte Android 12, also nicht das aktuelle Android 13. Und was Updates angeht, ja, da ist Xiaomi immer so ein bisschen hinterher. Ansonsten bekommst du aber wirklich mit dem Poco X5 Pro ein starkes Gesamtpaket. Und für aktuell 316 Euro kann man da wirklich gar nichts mehr sagen. Ich verlinke dir immer die aktuell besten Angebote zu den Smartphones unten in der Videobeschreibung. Wenn du noch einen guten Handyvertrag suchst, dann möchte ich dir auch aktuell kurz sim.de hier vorstellen. Das ist der Anbieter, bei dem ich auch bin und ich bin mega zufrieden. Und hier kriegst du einfach extrem viel für wenig Geld. Hier zum Beispiel bekommst du einen Allnet-Flat-Tarif, also mit Flat-Internet, Flat-Telefonie und Flat-SMS mit 20 GB LTE-Datenvolumen für 10,99 Euro monatlich. Und es gibt hier auch keine versteckten Kosten. Selbst nach 24 Monaten ist der Preis immer bei 10,99 Euro. Du kannst sogar wählen, ob du einen monatlich kündbaren Vertrag willst. Dann zahlst du allerdings einmalig 20 Euro. Du siehst, es gibt auch noch andere Angebote, falls du weniger oder mehr GB brauchst. Aber dieses Angebot für 10,90 Euro ist wirklich saustark. Deine Rufnummer kannst du natürlich auch mitnehmen. Du klickst einfach auf jetzt bestellen. Dann klickst du hier auf meine Rufnummer mitnehmen. Und dann kannst du das hier auswählen, dass du zum Ende deines aktuellen Vertrages die Nummer mitnimmst. Das heißt, wenn du jetzt noch in einem Vertrag bist, kannst du hier vorscrollen bis zu 120 Tage im Voraus. Also das wäre jetzt hier der 18. September. Und wenn du das auswählst, dann wird erst ab dem 18. September dieser Vertrag hier live geschaltet. Erst dann zahlst du und dann wird deine Rufnummer mitgenommen. Und somit kannst du dir jetzt schon dieses mega starke Angebot sichern. Also schaust dir mal an sim.de, meine persönliche Empfehlung, wenn du einen guten Handyvertrag im Motto-Netz willst. Auch den verlinke ich dir in der Beschreibung. Machen wir weiter mit dem Google Pixel 7a. Das Handy ist ganz neu auf den Markt gekommen. Ja, es kostet aktuell noch 509 Euro. Aber ich denke, der Preis wird sehr schnell deutlich fallen. So war es nämlich beim Vorgänger auch, beim Pixel 6a. Das kriegt man aktuell hier für 319 Euro. Aber das Google Pixel 7a ist doch nochmal in der Ecke besser. Und wenn du es bald für 400 Euro bekommst, dann kannst du hier bedenkenlos zuschlagen. Denn mit dem Pixel 7a bekommst du ein kleines und kompaktes Smartphone mit einem 6,1 Zoll AMOLED-Display. Es hat 90 Hz als Bildwiederholrate. Das ist also nicht ganz 120 Hz, aber immer noch besser als 60 Hz, so wie es beim Pixel 6a doch der Fall war. Du siehst, du hast hier auch ein modernes, schickes Design. Und als Prozessor der neuesten Tensor G2-Chip. Der hat eine gute Leistung und besonders was KI-Aufgaben wie Spracheingabe angeht, ist der sehr gut. Das herausragende Feature, warum man sich ein Google Pixel Gerät holt, ist aber zum einen die Software. Denn du bekommst hier das reinste Android direkt von Google selbst. Natürlich dann in der aktuellen Version 13. Und du bekommst 3 Jahre OS-Updates und 5 Jahre Sicherheits-Updates. Du bekommst immer als allererstes die neueste Google-Version. Dadurch steigt die Nachhaltigkeit des Geräts und das ist den Leuten auch immer wichtiger. Das sollte man hier nicht vergessen. Ich finde das auch sehr wichtig und bei Google bist du natürlich immer hier auf der Pole Position, was Updates angeht. Das zweite, warum man sich ein Pixel kauft, ist die Kamera. Denn du bekommst hier eine starke 64 Megapixel Dual-Kamera, die in dem Preisbereich zu den allerbesten gehört. Das Pixel 7a ist auf jeden Fall das beste Kamerasmartphone im 400-Euro-Preisbereich, da gibt es keine Frage. Wenn du also ein langlebiges Gerät willst, was lange mit Updates versorgt wird und du viel Wert auf Kamera legst, dann schau dir unbedingt das Pixel 7a an. Das ist dann deine Wahl. Und falls du nicht warten willst und direkt eine gute Google-Kamera haben willst, dann kannst du dir auch hier das Pixel 6a holen. Wie gesagt, das kostet 319 Euro, ist aber jetzt auch schon ein Jahr alt und es hat vor allem nur ein 60-Hertz-Display. Aber bei dem Handy merkt man dann schon eher an, dass es etwas altbacken ist. Trotzdem immer noch ein super Handy für 319 Euro sowieso. Kommen wir jetzt auch zu einem ganz neuen Smartphone, nämlich dem Poco F5. Aktuell kostet es noch 429 Euro, aber ich denke, der Preis wird auch hier ganz schnell unter 400 Euro fallen und dann kriegst du hier auch ein sehr starkes Handy. Es ist eigentlich dem Poco X5 Pro sehr ähnlich. Du hast nämlich auch wieder hier ein modernes Design mit wenig Displayrändern und ein großes Display mit 6,7 Zoll und 120 Hertz. Der Unterschied ist, der Prozessor, du bekommst hier den allerneuesten Snapdragon 7 Plus Gen 1, den besten Mittelklasse-Prozessor, den es aktuell auf dem Markt gibt. Falls du also viel Wert auf Leistung legst und auch gerne mal zockst, dann könnte das hier sehr interessant für dich sein. Ein Unterschied zum Poco X5 Pro ist noch die Kamera, du bekommst hier nur eine 64-Megapixel-Hauptkamera, die macht aber auch noch sehr gute Fotos. Und auch der Akku ist mit 5000 Zellen üppig bemessen, du kommst hier zwei Tage durch und er kann auch mit 67 Watt schnell geladen werden. Was ja auch noch gut ist, du bekommst das neueste Android 13, beim Poco X5 Pro bekommst du ja noch das etwas ältere Android 12. Hier kriegst du aber das allerneueste. Also für um die 400 Euro kriegst du hier auch einen super Allrounder, der vor allem mit einem starken Prozessor aufwarten kann. Kommen wir jetzt zum Samsung Galaxy A54. Die UVP lag bei 489 Euro, aktuell kriegst du es sogar für 415 Euro und ich denke, auch hier wird der Preis ganz bald unter 400 Euro fallen. Und dann kriegst du hier ein gutes Mittelklasse-Handy von Samsung. Vor allem das Design ist natürlich hier besonders, du hast ein 6,4 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz und die Front ist sehr symmetrisch und sehr clean gehalten. Du hast also hier den klassischen Samsung-Look aus dem Jahr 2023. Es gibt auch hier vier moderne Farben. Als Prozessor kriegst du hier einen Exynos 1380, der ist in Ordnung, aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Wenn du wirklich Wert auf Zocken legst, dann würde ich da doch eher ein anderes Smartphone nehmen. Besonders bei Samsung ist aber die Software. Zum einen hast du hier die One UI 5.1, basierend auf Android 13 und die Samsung-Software gefällt mir persönlich am besten, weil sie extrem viele Features bietet und mit einer Hand gut zu bedienen ist. Außerdem kriegst du hier vier Jahre OS-Updates und fünf Jahre Sicherheits-Updates, also sogar mehr als bei Google selbst und das ist eine der großen Stärken des Samsung-Handys. Was auch einzigartig ist bei Samsung ist der Wasserschutz. Du hast nämlich hier eine IP67-Zertifizierung und kannst das Handy dadurch 30 Minuten lang unter Wasser tauchen. Mit dem 5000 Akku kommst du 1,5 bis 2 Tage durch, das ist auch sehr gut und bei Amazon kriegst du sogar hier 30 Monate Herstellergarantie, also noch was extra oben drauf. Auf der Rückseite hast du dann Triple-Kamera mit einem 50 Megapixel Hauptsensor. Die Fotos sind gut, aber haben mich dann doch ein bisschen enttäuscht, das Pixel ist hier auf jeden Fall deutlich besser. Die Stärken des A54 liegen ganz klar woanders, nämlich bei der Software, der Langlebigkeit und beim Wasserschutz. Wenn dir das wichtig ist, dann hol dir das Galaxy A54, für 54 Euro ist es auch ein gutes Angebot. Und ganz zum Schluss habe ich noch hier das Nothing Phone One. Das Handy ist ein Jahr alt und kam für 469 Euro auf den Markt, mittlerweile kriegst du es aber auch schon für 400 Euro oder günstiger. Ja, wie du siehst, ist das Handy ganz anders als die anderen, weil das Design hier besonders ist. Auf der Rückseite sind nämlich über 900 LEDs verbaut und diese sogenannten Glyphen leuchten, wenn du halt eine Benachrichtigung bekommst. Das sieht natürlich zum einen richtig cool aus, ist aber auch nur eine Spielerei. Also das ist jetzt kein extra Feature, was man haben muss. Aber es macht das Handy auf jeden Fall einzigartig und ich finde es gut, dass es auch so ein Handy mal gibt. Auf der Vorderseite hast du dann ein tolles 6,5 Zoll großes AMOLED Display mit 120 Hertz. Du siehst, die Displayränder sind auch sehr symmetrisch, das Handy wirkt also sehr modern. Als Prozessor hast du den Schnapp-Drache 778G+. Im System läuft alles flüssig und selbst anspruchsvolle Spiele kannst du hier auf hohen Grafikeinstellungen spielen. Das hat mich hier wirklich überrascht. Die Software ist auch cool, denn du bekommst mittlerweile auch hier Android 13. Ausgeliefert wurde es natürlich noch mit Android 12. Und du hast hier die etwas angepasste Oberfläche von Nothing, das Nothing OS. Du bekommst hier auch alles Nötige, was du brauchst. Allerdings muss man hier sagen, da Nothing eine neue Firma ist, ein kleines Startup, musst du halt hier mit Software-Updates teilweise noch ein bisschen warten. Du kriegst aber auch drei Jahre OS-Updates und fünf Jahre Sicherheitspatches. Die 50 Megapixel Dual-Kamera auf der Rückseite macht wirklich ansprechende Fotos, gehört aber auch nicht zu den allerbesten. Dann hast du noch einen 4500 Zellen großen Akku, mit dem kommst du 1,5 Tage durch. Das ist auch in Ordnung. Also falls du viel Wert auf Design und Aussehen legst und du einfach etwas Besonderes haben willst, dann schau dir gerne das Nothing Phone One an. Es ist ein wirklich tolles Handy und für 400 Euro ist es auch wirklich absolut empfehlenswert. Das waren also meine Top 5 Smartphones im unter 400 Euro Preisbereich. Wenn ich mich jetzt für ein Smartphone entscheiden müsste, würde ich aktuell zum Poco X5 Pro greifen, denn für 316 Euro bekommst du ja krass viel geboten. Den einzigen Nachteil, den ich halt hier bei dem Handy sehe, ist, dass du noch das alte Android 12 bekommst, aber das neue Android 13 Update kriegst du wahrscheinlich auch ganz bald. Und ansonsten bietet das Handy wirklich mehr als alle anderen. Sobald der Preis vom Google Pixel 7a aber auf 400 Euro gefallen ist, dann würde ich auf jeden Fall immer das Pixel 7a nehmen, denn du bekommst dir immer die neuesten Updates von Google und die beste Smartphone-Kamera. Deswegen meine Empfehlung, entweder das Poco X5 Pro oder das Google Pixel 7a. Die Links zu allen erwähnten Produkten findest du unten in der Beschreibung. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Welches der Smartphones wirst du dir holen? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du auch in Zukunft keine spannenden Smartphone-Videos verpasst. Komm auch gerne in die Smartphone-Kaufberatungs-Facebook-Gruppe, wenn du dich austauschen möchtest. Alle Links auch zu meinen Social-Media-Accounts findest du in der Beschreibung. Jetzt kannst du dir links die besten Smartphones im unter 300 Euro Preisbereich anschauen oder klicke rechts, dann kommst du zum sim.de Handyvertrag. Na los, klick drauf, es lohnt sich.